Liebe Studentinnen und Studenten, ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Lehrvideos für den Block Arbeitsrecht im Examsvorbereitungsprogramm der Bucerius Law School. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz das Konzept dieser Videoreihe vorstellen. Nach dieser Einführung erwarten Sie 13 weitere Videos, die jeweils etwa zwischen 7 und 14 Minuten lang sind und den aus unserer Sicht in Hamburg examensrelevanten Pflichtfachstoff im Arbeitsrecht behandeln. Der Inhalt der Videos ist auf das Skript zur Vorlesung und die Kleingruppenfälle abgestimmt, auch wenn an einigen Stellen leicht abweichende Schwerpunkte gesetzt werden. Sie können diese Videoreihe natürlich ebenfalls dazu verwenden, einen Überblick über das Thema Arbeitsrecht zu bekommen. Wir möchten Sie effizient auf die Klausuren und die mündliche Prüfung vorbereiten. Eine echte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Problemen können die Videos aber natürlich nicht leisten. Stattdessen kürzen wir bewusst ab, wenn Inhalte über das Examensniveau hinausgehen würden. Mehr wissen kann man natürlich immer. Wenn Sie die Videos über die Plattform PlayPosit anschauen, kommt es immer wieder zu automatischen Unterbrechungen, in denen Sie eine Norm lesen oder über eine Frage nachdenken sollen. Die kleinen Pausen sollen ein aktives Wiederholen ermöglichen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, wie wir organisatorisch mit PlayPosit umgehen. Alle Studentinnen und Studenten der Bucerius Law School erhalten die Informationen zum Zugriff auf die Lernvideos bei PlayPosit per E-Mail. Sie können dann mit Ihrem Office 365 Login einen Account erstellen und mit den Videos arbeiten. Dadurch können wir sehen, wie Sie auf Fragen antworten und wie lange Sie brauchen, um das Video zu verarbeiten. Einerseits können wir so sehen, wo in der Präsenzveranstaltung noch Klärungsbedarf besteht. Andererseits ermöglichen Sie uns, die Videos für die nächsten Jahrgänge zu verbessern. Es sind dann rein theoretisch auch Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Wir versichern Ihnen aber, dass wir Ihnen und Ihren Antworten nicht hinterher spionieren werden. Falls Sie das nicht möchten, was wir sehr schade fänden oder gar nicht an der Bucerius Law School studieren, in diesem Fall ganz herzlich willkommen. Toll, dass Sie dabei sind. Finden Sie in unserer YouTube-Playlist unter dem Link in der Videobeschreibung alle Videos der Reihe. Jeweils im Beschreibungstext gibt es dann einen PlayPosit-Link, unter dem Sie alle Funktionen von PlayPosit nutzen können, aber keine Interaktionsdaten an uns übermittelt werden. Sollten Sie inhaltliche Fehler oder Ungenauigkeiten entdecken, Verbesserungsvorschläge haben oder sonst Lob oder Kritik loswerden wollen, schreiben Sie mir bitte gerne eine E-Mail an matthias.jacobs at law-school.de. Dann können wir die Videoreihe für die nächsten Jahrgänge verbessern. Jetzt noch ein Hinweis zur Höflichkeit. Die Hälfte der Videos wird von meinem Mitarbeiter Moritz Nickel und die andere Hälfte von mir gesprochen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter wird Moritz Sie in alter Law School Tradition duzen. Ich werde Sie natürlich siezen. An dieser Stelle möchte ich dann gleich noch ein wirklich ganz fettes Dankeschön an Moritz loswerden. Ohne ihn wäre das ganze Videoprojekt nichts geworden. Er hat es nicht nur die ganze Zeit mit seiner positiv zupackenden Art vorangetrieben, sondern vor allem die ganzen Skripte für die Videos geschrieben. Diesen Text natürlich nicht. Und nur um Gerüchten vorzubeugen, Moritz musste nicht so viel arbeiten, dass er es nicht mehr zum Friseur geschafft hat, sondern die Dreharbeiten fielen einfach in die Corona-Zeit im Frühjahr 2020. Danken, sehr danken möchte ich natürlich auch Karl Koste, Yannik Matern und Sven Störmann vom Learning Innovation Lab der Buziris Law School für ihre wirklich fantastische Arbeit bei der Aufnahme und der Produktion der Videos sowie Lisa Gerlach fürs kritische Korrekturlesen. Der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzirius sowie dem Hamburger Verein für Arbeitsrecht sagen wir ein ganz großes Dankeschön für die großzügige finanzielle Unterstützung bei der Realisierung der Videoreihe. Das war es mit diesem Einführungsvideo. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit der Videoreihe und vor allem natürlich viel Erfolg und das nötige Quäntchen Glück fürs Examen.